Durch individuell gestaltete Workshops bieten wir die Möglichkeit, mehr über andere Länder und Kulturen zu erfahren, Vorurteile zu besprechen, Ängste aufzubauen und Konflikte zu thematisieren. So kann Integration, Motivation und gegenseitiges Verständnis gefördert werden. Österreichische Schüler haben durch unser Projekt die Möglichkeit, Menschen aus aller Welt zu treffen und mehr über andere Kulturen und Lebensweisen zu erfahren. ProjektExchange vermittelt, unterstützt und begleitet persönliche Begegnungen zwischen Menschen mit Migrationshintergrund sowie Kindern und Jugendlichen. Botschafterinnen engagierte Menschen aus den verschiedensten Bereichen unserer Gesellschaft, besuchen Kinder und Jugendliche und berichten von ihren westländischen Geschichten. Im ProjektExchange geht es um Kultur, Migration, Flucht, Toleranz und vieles mehr. ProjektExchange kann am besten in alle bestehende Schulfächer integriert werden, beispielsweise im Geschichtsunterricht, Geografie, Sprach- oder Religionsunterricht. Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann melde dich über unsere Webseite für einen ProjektExchange-Workshop an. Die Anmeldung ist schnell und nur in wenigen Schritten möglich. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen! Wenn wir mit der Anmeldung schienzen, dann höhere, Wenn wir mit der Anmeldungen umfassieren, werden in der Anmeldung schon auf sich gewandert,